Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Ratschi Gaming, heute exklusiv hier auf dem Clip Channel, denn ich dachte mir zu der geheimen Aufgabe von EAFC 25 vorab zugriffs Geheimnation machen wir kurz ein kleines Video mit der Lösung, denn um welche drei Nationen handelt es sich eigentlich Freunde, das möchte ich euch heute hier in diesem Video sagen. Wenn ich euch weiterhelfen kann, lasst gerne lieber da, lasst einen Daumen nach oben da, gerne für den Kommentar da lassen und nicht vergessen natürlich ein Abo da zu lassen hier auf dem Clip Channel. Also wir haben diese Aufgabe draußen, die läuft bis morgen 19 Uhr und da heißt es eben verfolge, die vorab schufels Übertragung auf Twitch, die ist jetzt gerade frisch losgegangen, um diese Nation zu erfahren. Sei am 26.09. eben dann dabei, alle Boni untraden will. Es geht zum einen um diesen Münzenboost und ein ja im Endeffekt for free 25k Pack und die Aufgabe sagt folgendes, und zwar gewinne eine Partie in einem beliebigen Modus und stelle dabei mindestens einen Profi aus jeder der drei Geheimnationen in deine Startelf. Ein Hinweis auf die Nation erhältst du dann eben in dieser Übertragung im Livestream und das gebe ich euch jetzt eben mit. Es handelt sich nämlich um folgende drei Nationen. Es handelt sich zum einen um England, die erste Nation, um Spanien, die zweite Nation und auf der anderen Seite Belgien. Das sind diese drei Nationen, die ihr hier der Aufgabe eben ja quasi einbauen müsst, wenn wir denn so wollen. Und jetzt auch immer die Frage, ja wo mache ich das denn? In welchem Modi und so weiter und so fort? Ihr könnt das theoretisch auch mit einem Freund machen. Es ist komplett egal. Wir lesen mal durch. Gewinne eine Partie in einem beliebigen Modus, heißt es da. Es ist wirklich komplett beliebig. Also macht einen Squad zusammen, wo eben mindestens ein Engländer drin ist, ein Spanier, ein Belgier und dann habt ihr diese wunderbare Aufgabe ready to go. Ich mache es hier auf dem Account auch ready bis morgen 19 Uhr. Dann werden wir das 25k Pack passend zur Road to the Knockout Promo öffnen. Vielleicht ihr auch? Öffnet ihr das schon vorher? Schreibt es gerne auf jeden Fall in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen mit einem kleinen, feinen, geheimen Aufgaben von der AFC 25. Das sind die drei Nationen, Freunde. Teilt das Video mit euren Freunden, dann wisst ihr auch Bescheid. England, Spanien und Belgien. Drei Nationen. Also schreibt euch das auf und dann macht euch einen Squad zusammen und holt euch dieses 25k Pack for free mit dem kleinen Mützenboost.